Hallo, mein Name ist Adrian und wir sind heute zusammen hier in Final Cut und ich möchte euch das Importieren von Medien zeigen. Zuerst mal, wenn euer Setup hier nicht so aussieht wie bei mir, könnt ihr hier oben in die Leiste auf Fenster gehen und euch die Mediathek einblenden oder die Übersicht, den Ereignis Viewer. Das ist jetzt bei mir alles an und gegebenenfalls müsst ihr euch das extra einblenden. Hier sind auch noch Shortcuts dafür, aber wir legen jetzt los und zwar sehen wir ja hier schon Medien importieren. Falls da eben noch keine Medien importiert wurden, gibt es diesen großen Knopf hier, um Medien zu importieren. Des Weiteren haben wir hier nochmal ein Feld, um Medien zu importieren und man, wie hier schon angezeigt, kann man mit Command-I einem Shortcut auch in dieses Fenster wechseln und hier suchen wir uns jetzt unsere Medien raus. Ich habe extra mal ein paar Clips hier auf dem Schreibtisch in Original Media abgespeichert. Da haben wir vier Clips von einem kleinen Minicomputer, einem sogenannten Raspberry Pi und die wollen wir jetzt mal in unsere Mediathek hinzufügen. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das zu einem Ereignis hinzuzufügen. Also wir haben eine Mediathek, danach folgt das Ereignis, dann haben wir einzelne Projekte. Und jetzt legen wir ein Ereignis an oder wir nehmen eben dann 22.08.2015, die ist automatisch angelegt, weil ich jetzt eine neue Mediathek angelegt habe heute. Und dann befindet sich schon ein Ereignis, der 22.08.2015 hier drin. Oder wir machen ein neues Ereignis in der Mediathek Final Cut X. Das ist die Mediathek, die ich heute angelegt habe. Und wir machen jetzt einfach mal hier eine neue Mediathek und nennen ihn Mini PC. Ja, die legen wir jetzt an und wir sagen, er soll bitte die Dateien, die wir auswählen, in die Mediathek kopieren und nicht am aktuellen Ort belassen. Wenn ich hier Dateien am ursprünglichen Ort belassen angebe, dann lässt er die in diesem Ordner hier auf dem Schreibtisch liegen und verlinkt sich die nur. Das heißt, wenn ich die dann da rauslöschen würde, hier aus dem Ordner oder wenn ich jetzt hier auf eine Speicherkarte zugreifen würde, die Speicherkarte dann rausziehen würde, dann hätte er keine Informationen mehr und könnte nicht mehr auf die Clips zugreifen. Deshalb arbeite ich meistens so, dass ich sage, okay, in die Mediathek kopieren. Dann kann man hier noch Transkodierung machen. Das erkläre ich aber nochmal in einem anderen Video. Schlagwörter kann man schon hinzufügen und die Farbbalance analysieren, Audio analysieren. Man hat da verschiedene Möglichkeiten, aber darauf wollen wir jetzt noch gar nicht eingehen. Wir gehen jetzt hier auf Auswahl importieren. Und jetzt sehen wir hier Canon. Das ist mit einer Canon aufgenommen und wir haben hier unsere vier Clips drin. Jetzt haben wir hier erstmal die Möglichkeit, das so anzeigen zu lassen. Hier an der Seite sehen wir einen Ereignisfiewer, den wir auch hier oben einschalten können müssen, wenn wir das so haben wollen. Und wir haben hier unten die Möglichkeit, das Ganze nochmal anders anzuzeigen. Hier wird dann auch die Cliplänge visualisiert und man kann schon mal hier so ein bisschen reinklicken, hat aber eben nicht so diese Tabelle und die Informationen, die hier angezeigt werden. So, im nächsten Video zeige ich euch dann, wie man ein Projekt erstellt und ich hoffe, ihr seid mitgekommen. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir doch einfach in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.